Es war vielleicht das beste Event oder beste Schönste, auf dem ich je war, so emotional gesehen, würde ich irgendwie sagen. Und der CSD in Köln ist tatsächlich der größte Christopher Street Day Europas. Ja. Es waren 1,4 Millionen Menschen in Köln. Oh mein Gott, Sanna, was ich da für Leute gesehen habe, ne? Also soll jeder rumlaufen, wie er will. Wirklich, wirklich. Aber es ist natürlich schon immer ein bisschen weird, Menschen plötzlich zu sehen, wenn so eine Tausendergruppe, wirklich tausend Menschen mit so Wolfsmasken rumlaufen. Ja. Mit so Netzketten umgebunden. Ja, weil man sowas halt nicht im Alltag sieht, ne? Ja, das ist dann, ja. Das ist erstmal so und natürlich auch erschrocken, ne? Uns wurde nämlich groß gesagt, ihr müsst um 11.45 Uhr, müsst ihr bei den Wägen sein, so, ne? Ich war 14 Uhr da. Sanna war um 14 Uhr da und es ging... Und die Wägen standen, die standen da immer noch. Haben sich keinen Schritt bewegt. Und welche Allmantur war um 11.45 Uhr, Punkt, genau, vorm Wagen. Ich war auch wieder fast am Heulen da auf dem Zug. Ja, es war echt schön. Weil das so, ich hatte auch so Gänsehaut die ganze Zeit. Warst du so kalt? Ne, weil ich so gerührt war von den Menschen. Weil die Leute drumherum hatten so gute Laune und haben gewunken. Es war unfassbar. Egal, also es war so heiß und trotzdem hatten die Leute so gute Laune und waren am Dancen.